Das muss ich noch kurz dazwischen schieben. Ich habe in genau diesem Supermarkt mal ein Freundeserlebnis gehabt, stand in einer Schlange, kurz vor der Kasse, und kam hinten ein älterer Herr irgendwie, hat nur eine Flasche Wein gehabt, und fragt eine Frau mit einem brechend vollen Einkaufsragen, oh, entschuldigen Sie, kann ich Sie vielleicht bitten, mich vorzulassen, ich habe nur die Flasche Wein, ich habe so wahnsinnig eilig. Sagt sie, nein, ich kann Sie nicht vorlassen, ich habe keine Zeit, aber fragen Sie auch den jungen Mann da vorne, vielleicht lässt der sich vor. Frau und Sinn, entschuldige Sohn.